Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich das WORX Landride Off-Limits installieren und somit natürlich auch beim M500 oder M700 Plus das Magnetband richtig verlegen kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Bei unserer Schaukel haben die Kinder gewütet und da möchte ich jetzt einfach die nächsten Tage bzw. Wochen mal natürlich neuen Rasen anzeigen und dass mein Mähroboter da aber nicht immer hinfährt und erstmal das frische Gras wieder umgräbt bzw. zerstört, möchte ich das Ganze natürlich auch noch irgendwie absperren. Hierfür habe ich mir das Off-Limits Modul zugelegt, wo ich dann einfach Magnetbänder hier als Abgrenzung einmal rumlegen kann. Hierfür müssen wir unser Modul natürlich erstmal richtig installieren, deswegen zuerst mal den Mähroboter komplett ausschalten und sicherheitshalber nehme ich da auch immer relativ gern noch den Akku raus, dass da natürlich auch auf gar keinen Fall etwas sein kann und dann können wir nämlich diesen auch schon mit gutem Gewissen mal, am besten natürlich am Gras oder auf einer weichen Oberfläche umdrehen. Danach können wir hier vorne auch schon die Stelle sehen, wo das Off-Limits Modul angebracht werden kann. Dafür benötigen wir mal einen einfachen Kreuzschraubendreher und können die beiden Schrauben hier außen lösen. Im nächsten Schritt die Schutzkappe einfach mal nach oben abziehen und darunter können wir jetzt auch schon unser Anschlusskabel erkennen, was wir an unserem Modul einmal richtig anschließen müssen. Hierbei kann man eigentlich nicht viel falsch machen, da der Stecker nur in einer Position hineinpasst, weswegen ich diesen auch mal richtig rum hier aufstecke und durch das Klipsen hört man dann auch, dass er natürlich fest verbunden ist. Und danach ganz einfach mit dem Kabel nach unten schauen und mal in die entsprechende Öffnung hier hineingeben und wir können natürlich auch schon unsere Schutzkappe hier wieder richtig aufschrauben und müssen aber aufpassen, dass es natürlich nicht irgendwo spießt, dass unser Gerät auf jeden Fall wasserdicht bleibt. Als nächstes drehe ich meinen Roboter natürlich einmal wieder richtig um, gebe meinen Akku einmal richtig rum hinein und verschließe das Ganze wieder, starte den Roboter erneut und normalerweise sollte das Modul auch schon automatisch erkannt werden und man erkennt es auch super in der App, wenn dieses Off-Limits Modul hier orange und nicht mehr grau angezeigt wird. Im nächsten Schritt können wir unser Magnetband auch schon mal ganz einfach ausrollen. Laut Hersteller müssen wir eigentlich nur darauf achten, dass das Ganze natürlich jetzt nicht zu stark verdreht sein sollte und falls dein Roboter danach nicht gegen einen bestimmten Gegenstand fahren soll, dann sollten wir am besten das Magnetband mal mit einem Abstand von genau 32 cm verlegen. Auch muss unser Magnetband nicht wie der Begrenzungsdraht zusammengeschlossen sein, bedeutet, wir können natürlich auch einfach eine gerade Linie in den Rasen hineinlegen. Zum Kürzen gerne eine ganz normale Schere nehmen. Zum Verbinden bzw. zum Verlängern haben wir noch solche speziellen Verbinder mit dabei. Auf der einen Seite wird das Ganze nämlich dann hochkant in den Verbinder hineingegeben und auf der anderen Seite können wir es flach auch schon hineinlegen und müssen danach natürlich auch noch den Verbinder ordentlich zusammenschließen. Und wer das Magnetband nicht einfach nur in den Rasen reinschmeißen möchte, der kann natürlich auch noch diese mitgelieferten Erdnägel hier verwenden und damit das Magnetband auch schon ordentlich befestigen. Jetzt aber genug zur Theorie. Wir lassen ihn einfach mal gegen das Magnetband fahren. Und wir konnten super erkennen, dass hier vorne das Modul auf jeden Fall das Magnetband erkannt hat, er wie bei einem Begrenzungsgrad sich umdreht und natürlich dementsprechend wieder weiter wegfährt. Zum Schluss noch der Hinweis, wenn du deinen Mähroboter wieder nach Hause schickst, dann wird das Magnetband hier übrigens ignoriert, da er sich sonst natürlich hier auch festfressen würde. Und somit haben wir jetzt auch schon das Off-Limits-Modul richtig installiert. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch das Off-Limits-Modul, einen Mähroboter oder natürlich auch noch weiteres Zubehör zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst dir hin zu Produkten auf Amazon von Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.